Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy und ich habe ein neues Video für euch am Start und zwar eine weitere Glitched Outfit Kreation von mir mit dem Namen OF8 und wie ihr das hinbekommen könnt, erfahrt ihr nach dem Intro, also dranbleiben. So, und als allererstes, bevor es losgeht, braucht ihr noch dieses Outfit und das findet ihr in dem Gegner-Modus, bis dass der Tod uns scheidet. Also ihr müsst dieses Outfit aus dem Gegner-Modus rausglitschen, mit der gleichen Methode, wie ihr das Cop-Outfit rausglitscht und wie ihr das Sumo-Outfit rausglitschen könnt und den Müllmann und alles mögliche. Das ist die gleiche Methode, nur halt jetzt mit einer anderen Mission und zwar mit dem Gegner-Modus, bis dass der Tod uns scheidet. Aber vom Prinzip her ist genau das gleiche. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Missionen oder wie ihr die Outfits aus der Mission rausglitschen könnt, ich habe dazu bereits schon zwei Videos gemacht, die findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch den passenden Job dazu, den ihr dazu braucht. Und für dieses Outfit braucht ihr vier Spieler, weil bis dass der Tod uns scheidet, funktioniert nur mit vier Spielern. Erstmal fettes Dankeschön an dich, WFG, dass du mir das gezeigt hast. Grüße gehen raus und dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr das Outfit dann rausgeglitscht habt, dann geht es genau an der Stelle weiter und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann schaut einfach die Videos an, die unten in der Videobeschreibung verlinkt sind. Und dort erkläre ich das nochmal ganz, ganz, ganz genau. So, nachdem ihr das Outfit aus der Mission rausgeglitscht habt und auch gespeichert habt, also es ist wirklich wichtig, dass ihr dieses Outfit dann nach der Mission auch speichert, weil es braucht ihr später dazu. Dann geht ihr in irgendeinen Kleiderschrank rein und zieht euch die Outfits Raubüberfall-Overalls an, also die letzten vier mit der Gasmaske, also Garantäne, Gefahrgut, Forschung oder Ausräucherung. Zieht ihr euch dann irgendeines von diesen Overalls an und geht an das Fernrohr hin. Und wenn ihr am Fernrohr seid, braucht ihr den Hut, Brille, Maske, alles gleichzeitig glitschen, indem ihr einfach an dem Fernrohr vorbeirennt und das Steuerkreuz nach rechts drückt, dass ihr nicht ins Fernrohr reinschaut, aber die Maske abzieht. Danach geht ihr in euer Interaktionsmenü, geht unter Stil und ändert euer Outfit, bis dass ihr tot entscheidet und läuft einfach mal vom Fernrohr weg. Dann seht ihr schon, dass ihr die Gasmaske automatisch aufzieht und dieses Outfit müsst ihr jetzt in eurem Klamottenschrank wieder speichern. So, sobald ihr das dann gespeichert habt, müsst ihr eigentlich nichts weiteres machen, wie unter Start, Online gehen, unter Jobs, Jobs spielen von Rockstars erstellt und startet irgendeine Kontaktmission. Also spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich habe jetzt einfach mal einen Job für einen Titan genommen, weil er ganz oben steht. So, wenn ihr dann in dem Jobmenü drin seid, dann müsst ihr den Job einfach nur starten. Wichtig ist dabei auch noch, dass ihr den Job alleine spielt, weil es kann sein, dass wenn mehrere Leute in der Mission drin sind, dass es dann nicht funktioniert. Aber wenn ihr das dann alleine spielt und alles richtig funktioniert hat, dann spawnt ihr wieder in der Mission auf der Straße vermutlich und euch fehlen die Arme. Und es ist richtig geil, wie ich finde, weil dann kommen wir nicht weiter zum nächsten Schritt und zwar, bevor ihr den Job jetzt verlässt, müsst ihr wieder zurück in euren Kleiderschrank und dieses Outfit mit der Gasmaske und den unsichtbaren Armen speichern. Wenn ihr dieses Outfit dann gespeichert habt, könnt ihr ganz normal über euer Handy diesen Job wieder verlassen und ihr spawnt im freien Modus. So, und sobald ihr wieder im freien Modus gespawnt seid, habt ihr wieder euer altes Outfit, dann geht ihr über euer Interaktionsmenü, wieder auf das eben gespeicherte Outfit und ihr habt wieder die unsichtbaren Arme. So, jetzt begebt ihr euch zu einem Bekleidungsgeschäft. Ich würde euch dazu empfehlen, das Ganze mit dem Motorrad zu machen, weil das Motorrad, das brauchen wir später. So, jetzt sind wir angekommen, das Motorrad steht auch schon da und jetzt geht ihr in das Bekleidungsgeschäft rein und zieht euch mal die Klamotten an, die ihr für dieses Outfit halt haben möchtet. Ich bin unter Hose gegangen, unter Shorts und habe mir die grüne Jogging Shorts angezogen und unter Schuhe bin ich dann unter Turnschuhe gegangen. Auf Platz 2 die Sportplatz-Knöchelturnschuhe. Ich finde, die passen eigentlich relativ gut zu einem Outfit, das ist schon alles so in grün gehalten, das gefällt mir. So, dann müsst ihr das ganze Outfit wieder an der Theke abspeichern, damit ihr das schon mal so weit habt. Sobald ihr das dann gespeichert habt, dann geht ihr mit Kreis zurück und zieht euch irgendeinen Fliegeranzug an. Ich habe mich jetzt mal für den schwarzen entschieden, weil der mir halt besser gefällt. Und sobald ihr den angezogen habt, verlässt ihr das Menü und öffnet mal euer Interaktionsmenü. Geht unter Stil, geht auf Motorradhelm und klickt dann so lange durch, bis dieser Fliegerhelm angezeigt wird. Schwarzer Pilotenhelm heißt der. So, wenn ihr das dann habt, dann geht ihr nochmal zurück und kontrolliert nochmal, wo euer Spawnpunkt ist. Da ist ganz wichtig, dass letzter Ort drin steht. Wenn ihr das dann so weit habt, dann geht ihr mal zu eurem Motorrad, das ihr dafür benötigt und stellt euch mal so vor das Motorrad hin. Dann öffnet ihr jetzt mal euer Interaktionsmenü, geht auf Stil und geht auf das Outfit, wo wir gerade eben gespeichert haben, also auf das OF8. Danach geht es hier zwei oder drei nach unten, weil sonst könnt ihr auf das Motorrad nicht aufsteigen. So, jetzt drückt ihr Dreieck, um aufzusteigen. Geht sofort nach oben auf Outfit, drückt X, um das Outfit auszuwählen und dann seht ihr ja schon, dass ihr automatisch den Pilotenhelm aufzieht, als Motorradhelm. Jetzt ist es extrem wichtig, dass ihr extrem schnell seid und zwar ihr steigt aus, geht sofort in den Klamottenladen und geht dann irgendein Bekleidungsstück hin, also auf Oberteile oder Hosen oder so irgendwas, dass ihr so in das Menü reinkommt, wie ich das jetzt gerade habe und drückt dann halt dann das Steuerkreuz nach rechts, um in das Menü reinzukommen. Dort müsst ihr dann einfach nur fünf Sekunden warten. Wenn es nicht geklappt hat, dann zieht ihr den Helm davor schon aus, dann müsst ihr halt diesen Schritt nochmal neu machen. Und wenn alles geklappt hat, dann verlässt ihr das Menü wieder, läuft aus dem Laden raus und der behält den Helm auf. Also das ist ganz wichtig, theoretisch könnt ihr das mit jedem anderen Outfit auch machen. Jetzt müsst ihr einfach nur einer anderen Online-Sitzung beitreten und damit es halt gespeichert ist und da ist es halt wichtig, dass ihr auf letzten Ort eingestellt habt. Und sobald ihr dann dort angekommen seid, müsst ihr einfach nur noch das Outfit speichern und schon habt ihr es. Also das wäre jetzt theoretisch schon fast fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch die Heiß-Traube-Falltasche drauf machen oder auch das Nachtsichtgerät. Dazu braucht ihr allerdings so ein Test-Outfit oder sowas ähnliches wie ein Test-Outfit, wo diese beide Sachen schon haben. Aber ich speichere jetzt erstmal das Outfit, damit es erstmal safe ist und dann zeige ich euch, wie ihr noch die Duffelback-Tasche beziehungsweise das Nachtsichtgerät auch noch auf dieses Outfit drauf bekommt. Um auf dieses Outfit jetzt noch die Heiß-Traube-Falltasche drauf zu bekommen, braucht ihr noch irgendein Outfit, wo die Heiß-Traube-Falltasche schon hat. Ich habe ja vor längerem mal so ein Test-Outfit gemacht, wo einfach schon mehrere Glitches ineinander sind, wo ich jederzeit wieder verwenden kann. Ich haue mal den Link zu dem Test-Outfit-Clitch unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr das auch machen könnt. So, ihr zieht euch jetzt auf jeden Fall mal dieses Outfit an und besorgt euch irgendein Helikopter. Wenn ihr COO oder VIP seid, könnt ihr das natürlich sofort anfordern oder ihr ruft Meriwether an oder geht zu irgendeinem Helipad und steigt dort in ein Helikopter ein. Und sobald ihr euch so einen Helikopter organisiert habt und auf einer gewissen Höhe seid und auch das Outfit mit der Heiß-Traube-Falltasche angezogen habt, dann springt ihr einfach nur aus dem Helikopter raus, öffnet euren Fallschirm mit X und öffnet mal euer Interaktionsmenü. Geht dann runter auf Stil, geht auf Outfits und wählt mal OF8 aus. Oder theoretisch funktioniert das auch mit jedem anderen Outfit. Aber noch nicht mit X bestätigen, sondern nur mal draufklicken, dass ihr das gleich machen könnt. Und jetzt kommt es so ein bisschen auf Timing an. Und zwar sobald ihr landet mit eurem Fallschirm und er den Fallschirmrucksack auszieht, sofort mit X drücken und schon habt ihr die Heiß-Traube-Falltasche auf dieses Outfit übernommen. Jetzt müsst ihr das ganze Outfit nur noch speichern. Und wenn ihr das Outfit dann gespeichert habt, könnt ihr theoretisch auch noch das Nachtsichtgerät übertragen. Und zwar da geht ihr auf die gespeicherte Outfits, geht wieder auf das Test-Outfit, drückt da X und dann geht ihr wieder hoch auf OF8 und ihr seht, ihr habt das Nachtsichtgerät dann auch noch an. Jetzt müsst ihr das nur noch mit X bestätigen und das Ganze speichern und ihr habt genau dieses Outfit fertig. Und ja, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen, falls ihr mehr von so Modded Outfit oder Glitched Outfits sehen möchtet. Unten in der Videobeschreibung habe ich mal alle verlinkt. Es sind jetzt insgesamt acht Stück, das heißt sieben Links. Ich habe auch noch verlinkt, wie ihr die Heißraubwürfalttasche bekommen könnt, wie das Test-Outfit geht und alle möglichen Sachen habe ich unten verlinkt. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal durchklicken. Das war es auf jeden Fall jetzt mit dem Video. Und ich bin jetzt an der Stelle raus und ich sage mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy. Das war es auf jeden Fall.